oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich habe es tatsächlich geschafft dass ich das allererste mal mit dem killer in eine runde gehen können ich werde wahnsinnig ich werde jetzt so versagen das weiß ich jetzt schon und es wird wahrscheinlich so super lustig oder viel mehr traurig werden für euch das ganze anzugucken aber ich hoffe dass es auch ein paar lustige zehn geben wird ja weil ich muss ich muss ja irgendwie lernen aber wenn ich nicht reinkomme dann weiß ich halt auch nicht mehr und ich habe es jetzt endlich nach zwei wochen drei wochen das erste mal geschafft mit dem killer wirklich eine online session zu starten ich bin gerade so was von aufgeregt das könnt ihr euch nicht glauben wie gesagt ich denke dass ich jämmerlich versagen werde aber ich versuche trotzdem alles ich gebe mein bestes ich habe leider nur das tutorial bisher gemacht und einmal so ein bisschen rumgealbert mal zum test aber das war es dann auch ich sehe die generatoren okay ach so die sich ja sowieso immer ne das sind noch nicht die generatoren das sind die also mit unten schlage ich okay dass das wäre natürlich nicht schlecht zu wissen nutze kettensäge ist links unten ich habe ihn nicht gesehen aber ich laufe auch ein bisschen sehr schnell dafür ich werde wahrscheinlich keinen einzigen hier finden da läuft einer läuft einer ist ich habe ihn gerade noch gesehen wo sei denn da ist er hinten wo ist er lauf 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 PA es sind sogar zwei LOOF ART K&GE AGT NIEN OH SA SIE!" OSSTEI je ihr seid Asschlücher ich bin doch noch ein comes ja ja ich habe aber einen Treffer gelandet wo ist denn hin Wo ist er hin? Mist. Scheiße. Aber ich konnte wenigstens einmal treffen. Ich bin schon sehr stolz auf mich, was das betrifft. Ah, Hilfe. Nein. Hallo. Du sollst das Ding kaputt machen. Jetzt mach endlich. Scheiße. So, jetzt aber. Also rechts oben ist kaputt machen. Okay, das haben wir jetzt schon mal rausgefunden. So, den machen wir auch kaputt. Nein. Da ist noch nichts gewesen. Oh mein Gott, die sind schnell an den Ausgangstorn, als dass ich überhaupt jemanden hier gefunden habe. Aber man sieht auch wirklich nichts. Ganz ehrlich. Da, da läuft einer. Da läuft einer. Der wollte mich verarschen, glaube ich. Was war das? Ich kriege ich. Ich kriege ich. Ah, fuck. Oder auch nicht. Nein. Ja. 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 Wo ist sie? Wo ist sie? Ach, da läuft sie. Okay. Ah, jetzt hat sie mich ausgetrickst. Mist, Mist, Mist. Da hinten läuft sie. Machen wir erstmal den Schaden. So. Irgendwo war sie hier gerade. Sie ist hier rumgelaufen. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich hab sie verloren. Ah. Ah, ich hab jemanden. Ich hab jemanden. Scheiße, ich seh nichts. Ich seh nichts. Ja, ach, sie lag noch da. Okay. Gut, dann. Scheiße. Suchen wir uns erstmal einen Haken. Da vorne ist einer. Er ist natürlich sehr offensichtlich, muss ich dazu sagen. So, jetzt machen wir erstmal hier das Ding kaputt. Oh, ich glaub. Ne, ne, sie ist noch nicht kaputt. Habe ich den schon kaputt gemacht? Ne. Da sind die doch gerade wieder dran gewesen. Ah, nein, das war zu früh. Das war zu früh. Danke. Das gibt für mich Punkte. Da freue ich mich doch drüber. Ihr dürft gerne entkommen. Das ist kein Thema, aber es sollte schon ein bisschen länger dauern. Ich möchte nämlich Blutpunkte haben. Ach, scheiße. So war das jetzt nicht gedacht. Ja, komm, 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 komm. Mach kaputt. Los, 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 los. So. Da hat einer versucht, was zu machen hier. Hat aber fehlgeschlagen. Junge, ich komm, ich helfe dir. Wenn du noch da bist. Ja, du bist noch da. Haha. Du bist nicht mehr da. Scheiße. Schaden, Schaden. Mach Schaden. Mann. Drecks Ding. Jetzt hat der hier... Ah, Mac hier geblieben. Ja, genau. So muss das sein. Komm, ich will was sehen, Jungs. Komm. Komm, komm, komm. Nein. Scheiße. Die Bäume. Ich sehe nichts mehr. Nein. Ich sag doch, ich werde jetzt hier voll ablosen. Komm, 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 komm. Komm. Aua. Scheiß Baum. Ja, wusste ich, dass die hier den Ausgang machen. Ha, 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 ich hab dich. Ich hab dich. Du kommst in den Keller, Jungen. Doch, 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 doch. Brauchst dich gar nicht zu wehren. Du kommst in den Keller. Ich hänge dich auch vorne auf, damit deine Freunde dich besser holen können. Ah, hinten beim Ausgang seid ihr, Jungs. Ah. Da seid ihr also, ihr Schweine. Achso, der ist ja schon, den kann ich ja gar nicht mal kaputt machen. Da wird bestimmt auf einer Richtung Keller gehen. Das war mir klar. Hallo, Jungs. Yes. Ich hab dich, ich hab dich. Äh, ich hab dich, aber du bist entkommen. Was ist das denn? So nett, mein Freund. Was war das denn? Was? Hat sich versucht zu heilen, die Sau. Oh, scheiße, das war zu früh. Hier, Korn. Ich seh dich nicht mehr. Nein! Scheiße! Brrrr! Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Du bist ja schon weg. Mist. Ah. Wir versuchen jetzt bestimmt hinten einen Ausgang zu machen. Wette ich fast mit dir. Ja, ich gebe zu. Ich hab dich verloren. Ja. Das sieht schon ein bisschen bescheuert aus, bestimmt jetzt so von außen. Ah, schade. Das klappt nicht mehr. Das klappt nicht mehr. Aber ich will denen ja eine Chance geben hier. Die gehen jetzt garantiert zum anderen Ausgang raus. Ich dachte, ich kann damit laufen, aber das war der andere, glaube ich. Ah, ich hab die Falltür gefunden. Wenn einer so nett ist und nicht wiggelt, darf er gerne zur Falltür. Nein! Ist denn hier einer noch? Nein. Der letzte, der versteckt sich noch. Du Sau, dich will ich finden. Aber du gehst bestimmt zur anderen Ausgangstür. Ich hab eine Falltür gefunden. Das erste Mal, dass ich selber eine Falltür gefunden habe. Oder das zweite Mal, kann es auch sein. Und ich bin der Killer. Das ist doch scheiße, sowas. Ehrlich. Ah, da ist sie entkommen. Da ist sie entkommen. Da ist sie entkommen. Da schreiben wir jetzt trotzdem mal rein. My first time. Wenn ich denn schreiben darf. Hallo. Ja, ist okay. Hat man gar nicht gemerkt, denken die sich jetzt bestimmt. Aber ich freue mich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wofür die jetzt. Wahrscheinlich wegen gutes Spiel. Aber doch ist gut gelaufen. Also gut, ich habe jetzt nur 9000 Punkte bekommen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht das Ultimum, was man haben könnte. Aber war wirklich gut. Okay, möchte keiner mehr mal schreiben, dann würde ich sagen, dann höre ich auch wirklich hier auf. Es war wirklich lustig und ich habe immerhin ein paar Mal getroffen. Also ich war nicht ganz so schlecht, wie ich gedacht hatte. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Runden als Killer hin. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020